Seit wann haben wir vier Hunde? Wir dachten, drei Hunde. Ein Riesenhund. Oh, tschüss. So, drei Hunde auf den Haupten. Merlin! Du siehst, wie man fast drüber trauen wird. Hast du gegessen? Möchtest du noch etwas? Nein. Du siehst, wie man fast drüber trauen kann. Die Hunde ist in Ordnung.